und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge instinkt wir sind immer noch im wald von elven wir haben eine unheilige zeit und wir werden doch mal ein bisschen weitermachen so das wenn wir jetzt einfach mal jetzt zu dieser kaserne rüber steppen was ich gesagt hatte ich mir schon vorgenommen hatte mal gucken was wir da noch so für quest haben ich hoffe nichts was uns noch versucht irgendwie umzubringen ob es jetzt halt mal ja ganz gut durch level 9 haben wir bald level 10 ich werde versuchen zu grinden bis level 11 und dann rüber in die dunkelküste habe ich ja schon gesagt und bis jetzt läuft das ja mit der iron man challenge ganz gut aber gut werden wir gerade mal den neuen erreicht also es ist auf jeden fall noch ein verdammt weiter weg naja sind ja nur noch 81 level hey ich hätte doch bei cataclysmus bei cutter schon anfangen sollen verdammt egal aber das kriegen wir alles auf die reihe wie gesagt bis jetzt läuft es ja eigentlich so weit ganz gut obwohl es nicht schon glaube ich einmal fast zerrissen hätte aber hey alles wird gut man dieses laufen ist aber auch echt ätzend ich bin froh ich reiten kann der waldrand irgendwie lege ich heute wieder also ich hoffe dass ich auch quest kriege nicht dass hier die einzige quest ist töte horga den werde ich nämlich meiden den kerl habe ich gar keinen bock drauf kümmert euch um die hogger situation genau das besser zu tun oder was so aber da gibt es ja noch ein paar andere questgeber mal schauen was die so haben für uns das ist auch wieder die hogger situation kopfgeld gut acht bemalte knäuel armen und hätte nur auf dem festfall die wollen nicht unbedingt los werden ist doch zum kotzen wie viel ep haben wir ist ja noch naja noch nicht so doll da sind auf jeden fall diese knolle schon mal das ist gut die schön aus der entfernung ziehen da geht der erste da und eine armbinde hey zur not muss ich doch erstmal schon mal nach westfall zumindest anfangen obwohl ich da eigentlich gar keinen bock drauf habe aber westfall ist ja jetzt noch so an sich humaneres gebiet da gibt es ja eigentlich ziemlich leichte quests noch ein junger waldbär ich suche mir lieber die leute die so ein bisschen fernab stehen und wir leben noch ja mhm kann ich noch nicht wirken das legt immer noch auf dieser zauber ist noch nicht bereit bämm aber die ep ist jetzt nicht so doll ne und wieder ein grüner gegenstand hey jetzt wo ich keine grünen gegenstände brauche krieg ich sie das hätte ich mir mal bei anderen situationen gewünscht ja du studer bist doch ziemlich solo kann ich noch nicht wirken das legt immer noch auf dieser zauber ist noch nicht bereit bämm diese hocker situation die quest hab ich eigentlich noch nie gemacht also die neue frage ich mich eigentlich ich will jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt das risiko eingehen das legt immer noch auf oh schuhe stoff warum kriegt man hier eigentlich mehr stoff als alles andere ist doch zum kotzen so du stehst noch eigentlich ziemlich alleine da hör wir dich mal ey ich bin nicht weggerannt sieben und da ist der letzte die nummer acht ja trotzdem geh ich erstmal nach westfall rüber fang da erstmal an das legt immer noch auf ich komm sowieso eigentlich nicht zu dunkelküste wenn ich mal so richtig überlege weil dazu müsste ich eigentlich ja in eine hauptstadt gehen was ich ja eigentlich vermeiden müsste scheiße egal dann wenn wir doch erstmal nach westfall ballern wo ich eigentlich gerne hier noch ein zwei level gemacht hätte aber so viel quest auswahl haben wir nicht mehr und die quest die ich habe die sind jetzt nicht so der brüller sag ich mal und doch für die iron man challenge zu gefährlich nun ja gut hallo ich habe hier eine quest ich hätte gerne mein kopf geld ja ich nehme meldet euch bei lohn bürger und rief alles wird dass wir nach westfall gehen also gehen wir nach westfall die erste quest ist ja eigentlich auch noch ganz einfach weil da müssen wir nur leute bestechen das geht die nächsten werden dann schon etwas knackiger weil dann heißt das wieder genau lecken und morlocks und ich liebe ja morlocks sind ganz toll die viecher aber wir haben es nicht mehr weit bis level 10 dann haben wir schon mal die ersten zehn level geschafft dann geht es weiter ja yo csi ww was geht ab hallo freunde ok bei denen gibt es zwei möglichkeiten entweder hier normal fragen oder mit geld bei geld ist es eigentlich seltener dass er einen angreifen aber natürlich wie es der zufall so will hab ich geld umsonst verplempert witzige ist auch dass wir die nicht ausräumen können sondern dass dann sofort die kleinen kinder ankommen und die ausräumen das sind ja hier zustände man 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 so du ach man ey das ist jetzt greift mich keine sau an wenn ich das alleine so 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 kommen die mich auf weil ja klar kleine zigeuner gibt es ja wohl nicht klauen die meinen loot ich bin ein hinweis ach ey wollt ihr mich verarschen ja ihr seid arm nehmt das geld wäxt blüß hallo haben wir sind vor 2 Geht doch. Hinweis Nummer 3. Und einen brauchen wir noch. Und den gibt es sicherlich. Du mir. Ne. Jawoll. Läuft auch. Mann, Mann. Dass man immer erst meckern muss. Seid gegrüßt. Hm. Hm. Das wäre eigentlich scheißegal. Führ die Allianz. Das Licht segne eure Mut. Zieh den Ehrenfreund. Dann wollen wir mal. Gnolle und Morlocks killen. Juhu. Was ist mit mir geschehen? Einst war ich der König von Stormwind. Ist klar. Trink deinen Schnaps mal weiter. Was ist mit mir geschehen? Was ist mit mir geschehen? Was ist mit mir geschehen? Klatsch. Den haben wir weg. Gerotzt. Und wieder ein grüner Gegenstand. Mann. Ich freu mich jetzt schon, wenn ich irgendwann mal im Aha verschärmeln gehe. Aber ich glaube, soweit werde ich nicht kommen, weil ich irgendwann mal meine Taschen an muss. Oh Mann, 17 leere Platze geht da noch. Du stehst so einsam auf dem Berg. Du möchtest bestimmt sterben. Ich hoffe eigentlich die ganze Zeit, dass nicht irgendwas von hinter mir kommt. Das ist immer so. Hm. Fühlt man sich doch ein bisschen mulmig. Du kommst mal her hier. Ah ja. Da haben wir den Hinweis. Sehr gut. Mein Wolf bremnt. Die haben meinen Wolf angezündet. Ihr Schweine. So. Dann mal hier runter. Nicht wundern wegen dem komischen Schnitt wahrscheinlich bald wieder, weil ich nehm wieder an einem Stück auf. Hm. Hier gibts auch ne Rare Mob. Bisschen Glück finden wir den. Und der ist eigentlich keine Herausforderung. Sollte zumindest keine sein. Und das Käpt'n Schatzkarte ist auch ne Quest. Guuuut. Und das Käpt'n Schatzkarte ist auch ne Quest. Guuuut. Sollte ich mein Level ab? Sollte ich hier mit Morlock flossen? Oh Mann. Kein Mensch für nen Scheiß. Ich hoffe eigentlich, dass der Rare Mob hier lang geflitzt kommt. Rare Mobs sind einerseits bis jetzt noch ganz leicht. Und zum Zweiten bringen die schön viel EP. Wenn man mal so einen umkloppt. Oh oh. Das kommt da. Das fällt immer noch aus. Und kann da nicht nur die Rare Leiter. Oba, dazu muss man das mal entfinden. Aber ich weiß, dass es hier einen gibt. Das ist ein Zauberesner. Das ist ein Zauberesner, nicht wahr. Soll ich die gleich mal gucken. Vielleicht können wir den ja noch nicht das wird kommen. Hinweis? Natürlich nicht. Das steppt hier immer am Strand lang. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken? Mit den Hinweisen wollen sie heute auch nicht so recht rausrücken. Statt Gefühl. Flipp und da geht er hin. So. Immer noch nicht der Hinweis. Was ist denn hier los heute? Anarchie oder was? Gibt's ja wohl nicht. Aber der hier wird wahrscheinlich, wenn wir abbeschern, dann bin ich auch ganz glücklich schon mal. Ich? So ne Scheiße. Egal, ich hole mir jetzt... Ich grind jetzt noch so schnell hier. Komm mal ran hier. Ich weiß, wenn der Reiner umflitzt. Geht doch. Ey, ein Hilfefenster. Schön. Schön. Darf ich nicht. Alles. Ne, ne, ist cool. Ah, so viele Sachen freigeschaltet. Und die meisten darf ich nicht benutzen. Oh, was haben wir denn hier jetzt alles? Schlangengift. Ist schon mal cool. Hm, wird hier zähmen? Ist wichtig. Wird hier Kunde? Brauchen wir nicht. Wird hier freigeben? Wollen wir eigentlich auch nicht. Ja, gut. Wir sind Level 10. Wir könnten uns jetzt für irgendwas entscheiden. Wachen wir aber nicht. Oh, das ist noch ein anderer unterwegs. Ein Mönch. Toll. Oh, das ist noch ein anderer unterwegs. Ein Mönch. Hm, hm. Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das alles noch, was hier noch alles so abgehen wird. Ja, mein, mein, mein Tierchen darf ja auch keine Punkte kriegen. Also... Nur so zur Info für die, die jetzt erst einschalten. Und falls mal manche verrecken sollte, hab ich halt Pech gehabt. Muss ich mir ein neues 10. Hey. Oder wenn ich jetzt... Doch, ich werde an dieser Stelle doch die Aufnahme beenden. Muss ja noch ein bisschen was rendern. Passt aber, machen wir schon. Gut, aber auf jeden Fall zwei wieder zweckfest abgeschlossen. Ist auch schon mal echt toll. Und wer bleibt 10 erreicht. Und ich würde sagen, an der Stelle hier machen wir das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Vielen Dank.